Hier im Warner Grant arbeiten wir 365 Tage im Jahr. Hier haben wir jedem was zu bieten. Ladies and Gentlemen, heißen Sie willkommen. Der Mann, der dreimal die Welt gerettet, zweimal Dracula gepfählt, doch nur ein einziges Mal sein Herz verloren hat. Claude Luc Holliday. Bon voyage. Unsere Firma würde Ihnen gerne einen überaus großzügigen Betrag für das Kino anbieten. Tja, manche Typen berauben einen mit einem Schießeisen und andere mit einem Füllfederhalter. Diese irre Tussi von dem Bauunternehmen hat sich in den Kopf gesetzt, mein Geschäft zu übernehmen. Dann verkauf's hier. Das ist mein Zuhause, Mann. Hier wird's bald sehr ungemütlich. Tja, erhält sich wirklich für einen Cowboy. Zur Hölle machen wir sie fertig. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr Krieg wollt, dann bekommt ihr Krieg. Ein Mann muss tun, wovon er glaubt, dass es das Beste ist. Sie wollen das Warner Grant? Holen Sie sich. Playoff pictures. Playoff pictures. Playoff pictures. Vielen Dank.